Hörverstehen Teil 1 Sie hören die Meinungen von 8 Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A bis J zu welcher Person passt. Zwei Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgaben 47 bis 54 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aussagen A bis J. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Es ist es. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Sprecherin 1 Ich arbeite in einer Studentenkneipe im Service. Oder wie wir sagen, in der Gastro. Ja, das ist schon manchmal anstrengend. Und in der Vorlesung um 8 Uhr bin ich nicht so oft, wenn ich am Abend vorher Schicht hatte. Aber hey, ich bin jetzt jung und die Arbeit macht echt viel Spaß. In der Kneipe arbeiten total viele Leute, die ich auch vom Studium kenne. Und über meine Kolleginnen habe ich auch ein Zimmer in ihrer WG gefunden. Eigentlich ist es Arbeit und Freizeit in einem, weil ich meine Freunde bei der Arbeit treffe und wir oft noch weiterfeiern, wenn die Kneipe schon zu hat. Die Wirtin hat auch mal studiert und damit dann irgendwann aufgehört, weil sie gemerkt hat, dass sie eigentlich als Wirtin arbeiten wollte und das Studium nur gemacht hat, weil alle halt studiert haben. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte später schon eine Stelle mit geregelten Arbeitszeiten und Urlaub und so. Also für mich ist das Thema Jobs im Studium nicht so zentral. Meine Eltern verdienen nicht schlecht und haben mir versprochen, dass sie mir das Studium finanzieren, solange ich es ernsthaft betreibe und erfolgreich bin. Das heißt nicht nur Einser oder so, aber sie wollen schon sehen, dass ich mein Studium so ernst nehme wie sie ihre Arbeit. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich praktische Erfahrungen sammeln möchte und mir nur mit Lernen etwas fehlt. Ich studiere Pädagogik und Soziologie und habe angefangen, mich ehrenamtlich in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen zu engagieren. Seitdem habe ich nicht nur viel mehr Motivation für mein Studium und eine Perspektive für meinen Beruf, sondern auch unglaublichen Respekt gegenüber dem, was Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, eigentlich leisten. Ich kann nur sagen, dass man sich, ob bezahlt oder nicht bezahlt, eine Arbeit suchen soll, die etwas mit dem Studium zu tun hat und dass das meinen Horizont sehr erweitert hat. Sprecher 3 Das BAföG reicht einfach nicht. Auch der Höchstsatz nicht. Ohne meinen Nebenjob und ohne das Ranklotzen in den Semesterferien geht es einfach nicht. Das größte Problem ist die Miete. Dass das beinahe unbezahlbar wird, dazu muss man noch nicht einmal in München leben. Ja, die Metropolregion München umfasst in der Zwischenzeit wahrscheinlich ganz Oberbayern und als Student konkurriert man halt mit Leuten, die schon arbeiten und nicht schlecht verdienen um die gleichen Wohnungen. Arbeit ist Arbeit. Für die Semesterferie nehme ich das, was am meisten Geld bringt. Also meistens irgendeinen Job mit Nachtschicht. Gott sei Dank habe ich das ganze Jahr über auch noch meinen Programmierjob. Das ist zwar total anstrengend, weil der Auftrag halt fertig sein muss, wenn der Kunde es will. Da ist es egal, ob gerade Prüfungsphase ist oder nicht. Aber Programmierer sind halt gesucht. Das gibt echt gutes Geld. Sprecher 4 Und das ist auch okay so. Sprecher 5 Sprecher 5 Sprecher 5 Der zweite große Bereich ist Arbeiten neben dem Studium. Und da bin ich vor allem dazu da, um zu prüfen, ob alle rechtlichen Bestimmungen für einen Job neben einem Vollzeitstudium eingehalten werden. Gerade mit Minijobs und kurzzeitigen Tätigkeiten gibt es da einiges, auf das man achten muss, um seinen Studentenstatus nicht zu gefährden. Ich mag meine Arbeit. Bis jetzt habe ich noch immer eine Lösung für ein Problem gefunden. Von Büchergeld bis zu unseriösen Chefs. Sprecher 6 Sprecher 6 weil meine Eltern das Studium jetzt als Arbeit anerkennen. Ich verdiene ja Geld damit und damit den Sinn dahinter besser verstehen. Sprecher 7 Ja, ich muss arbeiten, um mein Studium zu finanzieren. Aber ich sehe das nicht nur als einen Nachteil. Nach meinem BWL-Studium möchte ich ins Marketing gehen und bei allen meinen Stellen und Ferienjobs habe ich es bis jetzt geschafft, dass es eine Verbindung zu meinem zukünftigen Berufsfeld gibt. Man kann immer etwas lernen und für meinen Traumjob lerne ich nicht nur in der Bibliothek, sondern auch, wenn ich vor dem Supermarkt stehe und Bonbons bewerbe. So erfahre ich hautnah, welche Slogans und Kampagnen laufen und wie man sich fühlt, wenn man Marketingideen und Pläne umsetzen muss. Und man kann sich für einen späteren Posten empfehlen. Nachdem ich am Anfang bei verschiedenen Firmen gearbeitet habe, bin ich jetzt nur noch bei einer Firma, die mich immer wieder fragt. Dort hat der Chef der Marketingabteilung auch Interesse an meinem Studium und hat schon signalisiert, dass er mich später gerne übernehmen möchte. Ich habe eine Arbeit an der Uni als sogenannte studentische Hilfskraft und ich finde diese Art von Arbeit während des Studiums ideal. In diesem Job geht es für mich nicht nur um das Geldverdienen, auch wenn ich Geld zum Leben verdienen muss, sondern es gibt noch viele andere Vorteile. Mein Arbeitsplatz ist mein Studienort. Ich muss also nicht immer hin- und herfahren. Außerdem arbeite ich an einem Lehrstuhl mit und erfahre also, wie wissenschaftliche Forschung und Lehre stattfindet und organisiert wird. Und nach Anweisungen und angeleitet kann ich sogar selbst ein bisschen mitmachen, wenn ich zum Beispiel Literatur suche. Man bekommt auch mit, wie man Hausarbeiten aufbauen sollte und eine wissenschaftliche These diskutiert. Und das bringt mir mehr als die paar Euro mehr Stundenlohn, die ich in anderen Jobs verdienen könnte. Sprecherin 1 Ich arbeite in einer Studentenkneipe im Service oder wie wir sagen, in der Gastro. Ja, das ist schon manchmal anstrengend und in der Vorlesung um 8 Uhr bin ich nicht so oft, wenn ich am Abend vorher Schicht hatte. Aber hey, ich bin jetzt jung und die Arbeit macht echt viel Spaß. In der Kneipe arbeiten total viele Leute, die ich auch vom Studium kenne. Und über meine Kolleginnen habe ich auch ein Zimmer in ihrer WG gefunden. Eigentlich ist es Arbeit und Freizeit in einem, weil ich meine Freunde bei der Arbeit treffe und wir oft noch weiterfeiern, wenn die Kneipe schon zu hat. Die Wirtin hat auch mal studiert und damit dann irgendwann aufgehört, weil sie gemerkt hat, dass sie eigentlich als Wirtin arbeiten wollte und das Studium nur gemacht hat, weil alle halt studiert haben. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte später schon eine Stelle mit geregelten Arbeitszeiten und Urlaub und so. Sprecherin 2 Also für mich ist das Thema Jobs im Studium nicht so zentral. Meine Eltern verdienen nicht schlecht und haben mir versprochen, dass sie mir das Studium finanzieren, solange ich es ernsthaft betreibe und erfolgreich bin. Das heißt nicht, nur Einser oder so, aber sie wollen schon sehen, dass ich mein Studium so ernst nehme, wie sie ihre Arbeit. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich praktische Erfahrungen sammeln möchte und mir nur mit Lernen etwas fehlt. Ich studiere Pädagogik und Soziologie und habe angefangen, mich ehrenamtlich in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen zu engagieren. Seitdem habe ich nicht nur viel mehr Motivation für mein Studium und eine Perspektive für meinen Beruf, sondern auch unglaublichen Respekt gegenüber dem, was Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, eigentlich leisten. Ich kann nur sagen, dass man sich, ob bezahlt oder nicht bezahlt, eine Arbeit suchen soll, die etwas mit dem Studium zu tun hat und dass das meinen Horizont sehr erweitert hat. Sprecher 3 Das BAföG reicht einfach nicht. Auch der Höchstsatz nicht. Ohne meinen Nebenjob und ohne das Ranklotzen in den Semesterferien geht es einfach nicht. Das größte Problem ist die Miete. Dass das beinahe unbezahlbar wird, dazu muss man noch nicht einmal in München leben. Ja, die Metropolregion München umfasst in der Zwischenzeit wahrscheinlich ganz Oberbayern und als Student konkurriert man halt mit Leuten, die schon arbeiten und nicht schlecht verdienen um die gleichen Wohnungen. Arbeit ist Arbeit. Für die Semesterferie nehme ich das, was am meisten Geld bringt. Also meistens irgendeinen Job mit Nachtschicht. Gott sei Dank habe ich das ganze Jahr über auch noch meinen Programmierjob. Das ist zwar total anstrengend, weil der Auftrag halt fertig sein muss, wenn der Kunde es will. Da ist es egal, ob gerade Prüfungsphase ist oder nicht. Aber Programmierer sind halt gesucht. Das gibt echt gutes Geld. Sprecher 4 Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich eigentlich nicht unbedingt neben dem Studium arbeiten. Die Grundbedürfnisse zahlen meine Eltern und sind da auch eher großzügig. Was sie aber nicht einsehen ist, dass sie für Freizeit und Hobbys und Urlaube zahlen sollen. Und das ist auch okay so. Ich möchte halt, solange ich noch jung bin und einen flexiblen und freien Tagesplan habe, meine Zeit auch genießen und viel ausprobieren und sehen und erleben. Das kann schon mal dreimal Asien im Jahr heißen oder surfen auf Hawaii. Klar, dazu muss Kohle reinkommen. Aber ich weiß auch genau, wofür ich arbeite und noch ist es mir das wert. Und es ist schon gut, wenn man beim Feiern nicht rechnen muss, ob das der Dispo noch stemmt oder ob es ab jetzt keine Cocktails mehr gibt. Sprecherin 5 Ich arbeite in der Studienberatung des Studentenwerks und mein Schwerpunkt ist Studium und Geld. Die meisten Menschen, auch Studierende, denken, das ist die BAföG-Beratung. Aber das geht weit darüber hinaus. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Stipendien und sonstige Fördermöglichkeiten es gibt und wie wenig die Studierenden darüber wissen. Nun gut, dazu bin ich ja da. Der zweite große Bereich ist Arbeiten neben dem Studium. Und da bin ich vor allem dazu da, um zu prüfen, ob alle rechtlichen Bestimmungen für einen Job neben einem Vollzeitstudium eingehalten werden. Gerade mit Minijobs und kurzzeitigen Tätigkeiten gibt es da einiges, auf das man achten muss, um seinen Studentenstatus nicht zu gefährden. Ich mag meine Arbeit. Bis jetzt habe ich noch immer eine Lösung für ein Problem gefunden. Von Büchergeld bis zu unseriösen Chefs. Sprecher 6 Ich bin der Erste aus meiner Familie, der studiert. Und das geht bei uns nur, indem ich mein Studium selber finanziere. Meine Eltern haben lange nicht verstanden, warum sie für mich noch Geld zahlen sollten, wo doch mein Bruder schon im Beruf steht und Geld verdient. Das hat gar nicht so viel mit Geldmangel oder Armut zu tun, sondern mit der Haltung in unserer Familie. Geld verdient man durch Arbeit und vom Staat will man nichts geliehen haben. Baföck fiel für mich also auch flach. Ich weiß, dass man das alles von seinen Eltern einklagen kann. Aber in vielem finde ich die Haltung, in der ich erzogen wurde, auch voll okay und bewundere meine Eltern für ihre Ansichten. Jetzt wurde ich aber für ein Stipendium vorgeschlagen und habe das auch bekommen. Das ist nicht nur wegen der Zeit, die ich für mein Studium gewinne, total wichtig für mich, sondern auch, weil meine Eltern das Studium jetzt als Arbeit anerkennen. Ich verdiene ja Geld damit und damit den Sinn dahinter besser verstehen. Sprecher 7 Ja, ich muss arbeiten, um mein Studium zu finanzieren, aber ich sehe das nicht nur als einen Nachteil. Nach meinem BWL-Studium möchte ich ins Marketing gehen und bei allen meinen Stellen und Ferienjobs habe ich es bis jetzt geschafft, dass es eine Verbindung zu meinem zukünftigen Berufsfeld gibt. Man kann immer etwas lernen und für meinen Traumjob lerne ich nicht nur in der Bibliothek, sondern auch, wenn ich vor dem Supermarkt stehe und Bonbons bewerbe. So erfahre ich hautnah, welche Slogans und Kampagnen laufen und wie man sich fühlt, wenn man Marketingideen und Pläne umsetzen muss. Und man kann sich für einen späteren Posten empfehlen. Nachdem ich am Anfang bei verschiedenen Firmen gearbeitet habe, bin ich jetzt nur noch bei einer Firma, die mich immer wieder fragt. Dort hat der Chef der Marketingabteilung auch Interesse an meinem Studium und hat schon signalisiert, dass er mich später gerne übernehmen möchte. Sprecherin 8 Ich habe eine Arbeit an der Uni als sogenannte studentische Hilfskraft und ich finde diese Art von Arbeit während des Studiums ideal. In diesem Job geht es für mich nicht nur um das Geld verdienen, auch wenn ich Geld zum Leben verdienen muss, sondern es gibt noch viele andere Vorteile. Mein Arbeitsplatz ist mein Studienort. Ich muss also nicht immer hin und her fahren. Außerdem arbeite ich an einem Lehrstuhl mit und erfahre also, wie wissenschaftliche Forschung und Lehre stattfindet und organisiert wird. Und nach Anweisungen und Angeleitet kann ich sogar selbst ein bisschen mitmachen, wenn ich zum Beispiel Literatur suche. Man bekommt auch mit, wie man Hausarbeiten aufbauen sollte und eine wissenschaftliche These diskutiert. Und das bringt mir mehr, als die paar Euro mehr Stundenlohn, die ich in anderen Jobs verdienen könnte. dos. Ja. Das ist irgendwie